Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum fünften Stopp der Indoor One Serie hier in Bad Entbach. Das große Finale steht an. Wir haben Kaiserwetter und es ist alles bestens vorbereitet. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Das ist ein Rappelstück. Das war's. Das war's mal wieder hier bei der Enduro One Serie. Die Saison ist vorbei. Vielen Dank an alle Teilnehmer, an Anne Helfer für ein geiles Jahr. Wir haben es schon gesagt, nächstes Jahr gibt es eine Station mehr und alle Infos zur Einschreibung geht es kurzum hier auf der Facebook-Seite und auf der Homepage. Bleibt dran und bis bald.